Einfach erklärt von Endres und Hauser. Heute mühelos drahtlos mit Wireless Heart. Hallo, ich bin Paul Projekt. In der Prozessindustrie werden jede Menge Messwerte erfasst. Auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel in einer Sondermüllverbrennungsanlage. Hier entstehen Rauchgase, die in einer Dinox-Anlage gereinigt werden müssen. Und die Wärme, die zur Reinigung benötigt wird, soll natürlich nicht verloren gehen. Daher wird sie durch einen Wärmetauscher in den Prozess zurückgeführt und genutzt. Im Wärmetauscher kommt es allerdings zu Ablagerungen, die sich negativ auf die Effizienz der Anlage auswirken. Eine genaue Lokalisierung dieser Ablagerungen ist äußerst schwierig. Die Stellen sind nur schwer zugänglich und eine Platzierung von Messgeräten ist kompliziert. Oft genug ist daher eine Komplettreinigung erforderlich, was extrem teuer und aufwendig ist. Denn normalerweise wird zur Überprüfung der Dinox-Anlage nur der Differenzdruck am Ein- und Ausgang gemessen. Geht das nicht alles einfacher und kostensparender? Das habe ich neulich Anton Außendienst von Endres und Hauser gefragt. Na klar, hat Anton gesagt, das geht mühelos und schnell, wenn drahtlos gemessen wird. Dann ist er vorbeigekommen und hat mir erstmal die nötigen Feldgeräte gezeigt. Mit Druckmessgeräten von Endres und Hauser kann die komplette Prozessdrucküberwachung in der Dinox-Anlage unterteilt und abgegrenzt werden. So können Differenzdruckmessungen an mehreren Stellen durchgeführt werden. Das erleichtert die Detektion von Ablagerungen. Und mit Temperaturmessgeräten lässt sich auch die Effizienz des Wärmetauschers ganz einfach überwachen. Aber der Clou ist, dank Wireless Hard Adaptern an den Feldgeräten werden die Feldgeräte mit Strom gespeist und die Messwerte zum Wireless Hard Fieldgate gesendet. Einfach drahtlos! Diese Technologie wurde speziell für die Prozessautomatisierung entwickelt und kann flexibel in jedes Prozessleitsystem integriert werden. Auch bestehende Feldgeräte anderer Hersteller können problemlos angeschlossen werden. Ein Wireless Hard Adapter kann zudem mit bis zu vier Feldgeräten verbunden werden. Das spart Kosten, denn eine Verkabelung der Messstellen ist sehr aufwendig. Und die Messwerte sind auch über größere Entfernungen übertragbar. Und zwar 7 x 250 Meter. Jeder Adapter arbeitet nämlich auch als Repeater. Außerdem schafft Wireless Hard zusätzliche Datensicherheit durch eine verschlüsselte Übertragung. Vor allem aber ist eine einfache Anbindung schwer zugänglicher Messstellen möglich. Und auch bei einer dichten Anlageninfrastruktur funktioniert die drahtlose Kommunikation zwischen den Geräten einwandfrei. Na also, mit Wireless Hard kann ich meine Anlage genauer und einfacher überwachen und reduziere dabei auch noch meine Kosten. Drahtlose Kommunikation. Aber immer ein guter Draht zum Kunden. Nicht wahr, Anton? Einfach erklärt, einfach umgesetzt. Erfahren Sie mehr in einem persönlichen Beratungsgespräch oder unter www.endris.com.